Hallo allerseits, ich bin Peter Pernsteiner und zeige heute mal wieder ein Vorschau-Video eines neuen Spur 1 Modells im Maßstab 1 zu 32. Die Schlepp-Tender-Lock der Baureihe 24 wurde von Bies Modellbahn in 18 Varianten angekündigt. Hier sehen wir das erste funktionstüchtige Handmuster in der Ausführung mit der Betriebsnummer 24 070 gemäß Vorbildzustand des Jahres 1958. Zunächst zeige ich jetzt eine erste kleine Probefahrt, dann folgen Detailansichten des Modells und schließlich gibt es noch weitere Probefahrten. Wer nicht alles sehen will, sollte einfach mal einen Blick auf die Kapitelüberschriften in der Videobeschreibung oder in der Zeitleiste werfen. Wer nicht alles sehen will, sollte einfach mal einen Blick auf die Kapitelüberschriften in der Videobeschreibung oder in der Zeitleiste werfen. Jetzt gibt es Detailansichten des Handmusters und parallel dazu auch diverse Sounds, die aber beim Serienmodell sicher noch umfassend geändert werden. Zunächst mal ein Blick auf die per Servomotor bewegte Nachbildung der Umsteuerung beim Fahrtrichtungswechsel. Lüftungswechsel. 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 Das Handmuster wiegt inklusive Tender knapp 4,2 Kilogramm und hat je nach Lok-Tender-Kupplungseinstellung eine Länge von 536 bis 545 Millimeter. Gefertigt wird die Lok in Handarbeit aus Messing, exklusiv für Bies Modellbahn, durch die Firma Feinmodels KISS Deutschland. Die Auslieferung der ersten Modellvarianten soll voraussichtlich bereits Ende 2023 starten. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Die Baureihe 24 der Deutschen Reichsbahn wurde übrigens laut Fachliteratur ab 1927 bis 1940 insgesamt 95 Mal gebaut. Sie war als sogenannte Einheitspersonenzuglock im Einsatz, zum Teil bis 1966 und in Polen sogar bis 1976. Immerhin vier Exemplare der Baureihe 24 sind noch heute erhalten, aber leider ist im Moment keine einzige davon betriebsfähig. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Vielen Dank. 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 Vielen Dank.